einen wunderschönen guten morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen kanal irgendwann im letzten jahrtausend wurde ich mal auf den namen maverick getauft und wir spielen hier fallout 3 unser klassiker kommen gerade aus alaska wieder gerade nicht aber wir waren jetzt in alaska und schleichen jetzt ein bisschen durch die hauptstadt gucken uns ein bisschen um in dieser folge ich sag's gleich voraus ich habe da ein bisschen probleme gehabt in einem mod oder ein oder zwei mots die ich da versucht habe ans laufen zu kriegen die nicht so ganz wollten jetzt läuft es wieder deswegen ist in dieser folge ein wenig teilweise ein wenig aber wie gesagt selbst ich bin viel Spaß beim video und ich würde sagen auf in den kampf ich kann jetzt eigentlich erwartet dass ich irgendwo so mit backpack ja so was hat der mod gesagt wie funktioniert das und wie krieg ich das jetzt weg sehr schön das gefällt mir was ist denn es safe ist ja cool so das soll aber funktionieren dem der andere ja nicht wollte der funktioniert ach ich habe übrigens noch ein das wasteland ist jetzt etwas grüner mod installiert das ist übrigens ein radar jetzt ist der radar übrigens match also wie man sieht ich habe ein mod installiert der ein bisschen die landschaft schöner macht wobei das placement könnte ein bisschen besser sein den könnte ich eventuell wieder runterschmeißen das gras placement ist naja er schießt da auf mich bistiger hund da ist da kommt ein radar hey frau radar lassen sie das zack ne pipe gun ja auch nehmen wir mit war pipe rifle 42 schaden ist okay eigentlich so hoch ja ich weiß nicht der gras mod der gefällt mir nicht also das ist ja hier alles gerade linien das ist ja nee lass mal das schmeiße ich gleich wieder raus da wollen wir gleich mal kurzes päuschen dann wird er wieder installiert die grün bäume finde ich echt super weil es ist einfach ich halte es nicht für realistisch dass 100 jahre nach dem krieg oder wie viel wir haben wenn man sich chernobyl anguckt wo ja auch alles verstrahlt war da stehen auch bäume da stehen mehr bäume als vorher und daher ja ja kann man hier rein sieht nicht so aus war strommast aus gummi wo sind wir überhaupt hier weltkarte aber wir sind am ende okay flussschiff anlegestelle außenpost der ausgestoßenen also laufen wir völlig in die falsche richtung okay da ist die karte zählen ja seit 30 hier ist die karte auch zu ende müssen also nach norden ja das kommt wenn man so in gedanken durch die gegend läuft jetzt das ist echt blöd aus mit dem krass das schmeißen wir gleich wieder raus kann ich noch telefonieren hallo telefon nein schade also dafür dass der motto irgendwie beschrieben war mit immersive oder so äh ja ist das nicht sehr immersive wenn hier einfach raider 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 kommt zu mir meine raider freunde ich mache löcher in euch rein sie haben mich gesehen nein nein aua aua mama mama ja war klar first mode finde ich schon mal geil gerade dass das also die dafür dass die die haben alle echt schicke frisur die radar ich habe ein wie heißt das frisuren pack installiert die laufen aber echt mit süßen frisuren um die kärlchen also muss ich schon sagen dass sie die mädels hier alle sollen so einen taffen und die kerle haben alle so eine schicke so was hier schicke sexy 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 ja jetzt gehen wir nach osten ich wollte eigentlich nicht wieder in die stadt rein ich wollte eigentlich ein bisschen nach norden gucken da waren wir ja erst ja also noch etwas längerer spaziergang oder kann ich nicht kann nicht schnell reisen nein genau ist ja deaktiviert will ich auch nicht ja hier ohne spiel hoch da hinten ist das nuca cola weg genau war das kein raider ne sah nur aus wie ein raider wie geht es mit meinen stats 3000 3000 ep noch bis zum nächsten oder 2000 junge junge da dort oder mal rein in den diner da war vielleicht gibt es hier immer so ein raider wenn man nicht schlechte ne shotgun shell ist nicht verkehrt kann ich immer brauchen weil hier so wohl das dach darstellen nochmals wird die handy flypäne flypäne knallt so müssen wir damit wegschmeißen beziehungsweise wahrscheinlich auch mal was fressen Ich würde sagen, wir hauen uns mal eben hier zwei mal Dogmeat rein und ein Iguana und Stimpack auch. Das Big Book of Science können wir mal lesen. Ja, ja, ich bin überladen, ich weiß, ich bin immer überladen, ich bin ständig überladen. 45 ACP, Pipe Rifle, ja, komm, weg mit der Pipe Rifle, die braucht kein Schwein, das ist eh Schrott, glaube ich bessere. Habe ich ihn schon gelootet, den Bengel? Ah ja, stimmt, der hatte Shotgun Shells, ne? Ne, das Gras geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Das werde ich wahrscheinlich noch 20 mal sagen, bis ich die installiert habe, aber das geht überhaupt nicht. Einfach stumpf gerade Linien mit Gras reinzeichnen. Ne. I have eaten too much. Okay. Werd ich halt fett. So. Geh gerade hoch, würde ich sagen. Ich finde, es sieht mit, äh, mit, 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 mit grünen Bäumen, sieht's viel gemeiner aus. Und auch sonst hatte man ja dieses, ähm, ja, diesen, diesen, standardmäßig Licht hier, so ein grüner Nebel drüber. Und es sind keine Bäder an den Bäumen und so. Ich finde es viel bedrückender, so. Weil die Landschaft ist quietschigrün, abgesehen von dem hässlichen Gras, äh, die Landschaft ist quietschig, aber es sieht einfach alles kaputt aus. Du hast in den ganzen Grünzeug Ruinen stehen, das finde ich viel gruseliger, als dieses, dieses, dieses grüne, äh, Umbelzeug da. Wollen wir da mal reingehen? In die Fabrik? Aber wahrscheinlich kriege ich, komme ich da nicht rein. Beziehungsweise, nein, das machen wir später mal. Wir müssen uns erstmal irgendwo ein, äh, äh, Haus suchen, wo wir, ach, das ist Westland Motors wieder, okay. Und da oben ist Megaton, das ist super. Mein Motorrad, Motorrad steht ja kurz, das stotterte ich heute eigentlich so. Mein Motorrad steht kurz vor Megaton, da packen wir das mal im, laden wir mal in unseren ganzen Krams aus. Ähm, die ganze Rüstung und, und, na, die Rüstung, oder doch, die Power Armor kann da auch rein, weil die brauche ich echt nicht. Verkaufen wir mal ordentlich Schrott, kaufen wir, lassen wir uns mal ordentlich zusammenflicken. Ein Megaton ist ja auch dieser Rucksack-Dealer, was da gerade, die Message, die gerade kam. Also, dann kaufen wir uns mal eben Rucksack, dass wir, ähm, ja. Ne? Ach so. Ach ja, hier geht das, ja, 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 genau. Aus Versehen wieder auf E gedrückt, äh, A gedrückt. Und dann geht das Laufen hier ja aus, da war ja was. So. Ist das schon Megaton da unten? Könnte sein, ne? Ja, ich glaube, ja. Sieht alles so anders aus, wenn's grün ist. Aber ich schon mal erwähne, dass ich das krass schrecklich finde. Oh. Ach, Glück gehabt. Ja, das ist Megaton. Sehr schön. Ganz schön windig hier. Was machen wir überhaupt gerade? Wir wollten, ich wollte wieder zurück nach Megaton. So. My primary needs wollte ich nicht. Look for dead, da wollte ich eigentlich nicht hin. Hm. Explorer enabled. Investigate strange radius signal. Ne, das könnte man nur machen. Ah, das ist bestimmt... Ach, das ist Mothership Sita, ne? Hm. Wir gucken erstmal, was wir so im Megaton finden. Und dann kaufen wir uns da vielleicht noch ein bisschen Sheet. Flugzeug? Okay. Ist das dein Eingang da? Ne, das ist hinten ein Anbau, ne? Ich frag mich ja, welche Störung diese Menschen haben, dass sie neben einer Atombombe ihr Haus bauen. Also sie muss ernst sein. Ah. Ich glaube, ich weiß, warum der andere Mod nicht ging. Ich habe hier noch einen anderen UI-Mod drauf. Den muss ich da nochmal runterschmeißen. Dann geht's vielleicht auch. Hm. Aber ich fand den anderen nämlich eigentlich noch cooler, den anderen Feuermodus. Aber das testen wir gleich mal. Wie anders alles aussieht. Das ist nicht so geil. Das sieht völlig anders aus. So. Hier ist der Eingang. Und da vorne müsste mein Moped stehen. Da steht's. Ja, ja. Laber nicht. So. Zack. Configure. Change Carry Rate and Settle. Achso. Ne, ne. Change Wear Rate. Done. Do nothing. Repair. Habe ich irgendwas, was ich... Ja, ich kann einen Konduktor einbauen. Okay. Ich habe keinen Sprit. Also ich brauche Sprit dafür. Ich denke mal, ich brauche auch... So. Was brauche ich denn, um den Sprit herzustellen? Ähm. Da. At a Workbench. Detailgent, Whisky, Tarpentine und Flame of Fuel. Flame of Fuel müsste ich Unmengen haben. Gucken wir mal. Ich glaube, Flame of Fuel habe ich, wenn ich es nicht verkauft habe. Ich hoffe, ich habe es nicht verkauft. Aber ich hatte welches dabei, meine ich. Mal kurz gucken hier. Munition. Ja, da. 263. Sonstiges. Detailgent habe ich nicht. Was war das andere? Da. Whisky, Tarpentine und Flame of Fuel. Whisky müsste ich haben. Ich habe keinen Whisky. Okay. Kann ich aber sicherlich hier kaufen. Hallo. Also mal gehen wir in die Klinik und lassen uns unsere... Habe ich auch genug Kronkorken? Ja, habe ich. Und lassen uns unsere... Ähm... Unsere... Reddings da wegheilen, weil... Sieht ein bisschen aus wie... Ähm... Hier, wie heißt der aus? Aus Fallout 4. Bist du der Doc? Hi, Doc Church. Ja, ja. Ja. Ich bin nicht... Verdammt dumme Idee. Okay. Also er weiß... Ach toll. Na klar doch. Er macht. Ach so. Versuchen Sie... Einfach eine Spritze rein und... Okay. Es hat einen guten Grund. Es abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Ich habe bloß geguckt, was mit deinem Computer ist. Blümel. Ja, ja. Frauen und Kinder der Erde. Jenny. Was soll es heute denn sein? Noodle and Brahman Steak. Was kannst du mir verkaufen? Ähm... Ich brauche Whisky eigentlich. Hast du natürlich nicht. Schade. Er hat sogar noch. Ja, ja, ja. Megaton Siedler, Traveler, noch ein Traveler. Was war denn das noch? War das das Megaton Haus, das man kaufen konnte? Mr. Burks Haus. Ach so. Ein bisschen was von dem Sprit möchte ich wohl herstellen. Dann könnte man nämlich das... Das Moped fit machen. Und, äh... Es wird ja nicht schaden. Was haben wir hier? Die... Die Damen-Toilette. Okay. Die Damen-Toilette? Ich bin ja eine Dame. Ich darf da ja rein. Okay, es ist tatsächlich eine Toilette. Bio-Hazard. Aber er hat Durchfall gehabt. Hier ist was los. Ja, gib mal außen Weg. Du wirst Traveler. Traveler, Traveler. Was haben wir hier? Billy Creels Haus. Du bist auch ein Traveler? Du bist Maggie. Hey, Maggie. Hi. I'm Maggie. Okay. Bye-bye. Tschüss, Maggie. Ach so, er spricht sie Englisch mit dir. Und wenn sie weggeht, dann sagt sie auf Deutsch was. Okay. Saloon de Mojati. Der hat bestimmt, ähm... Garantiert. Der hat Whisky. Hey, komm. Ja, ja. Wollen trink? Na klar. Hat er auch nicht. Das gibt's doch nicht. So, Mist. Äh... Was verkaufen wir denn mal? Die Zigaretten, die bringen... Okay, die bringen... Die bringen anscheinend kein Geld. Nuka-Cola. Recht damit. Die Quantum auch. Zack. 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 Moment, jetzt brauche ich nicht. Tequila weg damit. Dirty Water. Ja, ist besser wie nix. Aber 2CB, was auch immer das ist. Alles klar. Bye-bye. Schnapsdrossel. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig... Mann, ja. Was auch... Der labert schon wieder hier. So. Äh... Bist du, Mann, ja? Du bist Nova. Du musst dein Zimmer mieten. Dort kannst du schlafen. What's the weather around town? Okay. Die Klo-Wache? Billy. Verdammt der Axt. Jemand Neues. Ja. Ja, Billy. Ich weiß... Ich und Maggie etwa. Hier kommt... Ich handel mit... Okay. Ich weiß nur, dass ich zu... Megaton ist die beste... Starke Mauern. Ich... Ich... Aber vor allem kümmere ich mich um Maggie. Ja. Man sagt, dass irgendwas mit dem Wasseraufbereiter nicht in Ordnung ist. Aber der alte... Ich mache mir keine Sorge. Der Wasseraufbereiter, den gehen wir gleich mal zu Old Water und gucken nach dem Wasseraufbereiter. Ach, laber nicht. Ich will einen Drink kaufen. Hast du denn Whisky? Der hat auch keinen Whisky. Achso, der hat die gleiche Kiste wie... Oder? Ja, der hat die gleiche Kiste wie der andere. Und auch das gleiche Geld. Interessant. Komme ich nicht ran. Gut. Wer bist du denn? Traveller, okay. Armeerüstung. Immer noch selten. Ist er auch ein Traveller? Er ist auch ein Traveller. Riskieren? Ja, wir riskieren. Geh weg da. Wir riskieren's. Uh, nicht gut. Offen. Tür ist zu. Können wir hier was klauen? Was ist denn der Metalbox? Abraxo Cleaner, der bringt nichts. Ich brauche, ich brauche Tapenthin. Ich könnte natürlich einfach mal eine Handgranate ranklemmen. Und versuchen das Ding aufzusprengen, aber das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Die sind alle leer hier, ne? Oh, nee, hier ist was drin. Was ist da drin? Munition nehme ich mit. Die kriege ich nicht auf. Wer bist du? Megatron-Siedler. Lucy West. Ja, Lucy. Ähm, stoppt in. Aber mit einer Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine... Äh, ja, klar. Ich habe leider keinen einzigen Kronkopf. Aber wenn Sie so nett sind, mit mir zu helfen, wird Ihnen mein... Okay. Klar, warum nicht? Na, Refu. Okay. We have to go now. Okay. Gut. So, bevor wir die Quest starten, würde ich mal eben schnell, ähm... die Mods rausschmeißen, die mir im Weg waren. Das war es dann auch schon wieder von diesem Video. In der nächsten Folge geht es dann nach Arefu. Den Brief ausliefern, mal sehen, was wir da noch so anstellen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Da streame ich auch andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sp bake mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.